Als Hundebesitzer weißt du sicherlich, wie wichtig das Vertrauen zwischen dir und deinem Vierbeiner ist. Schließlich ist es die Basis für ein harmonisches und erfolgreiches Zusammenleben. Doch dieses Vertrauen kann schnell zerstört werden, wenn du dich falsch verhältst. In diesem Video erfährst du, was das Vertrauen zu einem Hund sofort zerstört und wie du es vermeiden kannst. Ein entscheidender Faktor, der das Vertrauen zu deinem Hund erschüttern kann, ist eine inkonsequente Erziehung. Wenn du deinem Hund heute erlaubst, aufs Sofa zu springen und es ihm morgen plötzlich verbietest, wird dein Hund verwirrt und unsicher sein. Er weiß nicht mehr, was erlaubt ist und was nicht. Stelle deshalb von Anfang an klare Regeln auf und halte dich konsequent daran. Nur so weiß dein Hund, was von ihm erwartet wird und kann sich sicher fühlen. Ein weiterer Vertrauenskiller ist eine unsensible Behandlung deines Hundes. Wenn du ihn grob anfasst, ihm Schmerzen zufügst oder ihn überforderst, wird er sich dir gegenüber distanzieren. Dein Hund braucht klare Signale und einen respektvollen Umgang, um Vertrauen aufzubauen. Sei also stets aufmerksam und einfühlsam im Umgang mit deinem Hund. Auch das Fehlen von Lob und Belohnungen kann das Vertrauen zu deinem Hund schwinden lassen. Wenn dein Hund etwas gut gemacht hat, solltest du ihn unbedingt loben und belohnen. Das gibt ihm das Gefühl, dass er etwas richtig gemacht hat und motiviert ihn, es beim nächsten Mal wiederzutun. Wenn du aber nur kritisierst und bestrafst, wird dein Hund unsicher und ängstlich werden. Eine weitere wichtige Sache, die das Vertrauen zu deinem Hund zerstören kann, ist die Vernachlässigung seiner Bedürfnisse. Wenn du deinen Hund nicht artgerecht hältst, ihn nicht genügend bewegst oder ihm keine Aufmerksamkeit schenkst, wird er sich vernachlässigt fühlen. Das führt dazu, dass er sich von dir entfernt und kein Vertrauen mehr aufbauen kann. Zuletzt solltest du darauf achten, dass du deinem Hund gegenüber nicht aggressiv wirst. Schreien, Drohen oder Schläge führen nur dazu, dass dein Hund Angst vor dir bekommt und dir nicht mehr vertraut. Zeige deinem Hund stattdessen immer eine ruhige und respektvolle Haltung und verhalte dich ihm gegenüber immer freundlich und liebevoll. Möchtest du jetzt noch wissen, was dein Hund fühlt, wenn du ihn falsch streichelst? Dann schaue dir das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls sehr freuen.